So, hallo Nale zu einem neuen Video und heute gibt es mal wieder etwas aus dem neuen Snapshot. Also wenn der schon raus ist, dann darf man da ruhig experimentieren. Ich bin auch so ein bisschen gehypt und bastle die gerne dran rum. Und ja, jetzt wo wir die ganzen Sachen vorgestellt hatten und auch nach den letzten beiden Videos eine Spezial 5 Dinge Folge jeweils gemacht hatten. Ja, also wenn ihr wissen wollt, wie man diese Phantome so groß kriegt, dann müsste man in die letzte Folge reingucken. Ich bin jetzt hier ein bisschen am rumbasteln gewesen, am rumschauen. Und zwar geht es um die neuen Wassermechaniken und ich möchte da ein bisschen Itemaufzüge mir etwas genauer anschauen, was man daraus basteln kann. Darum wird es jetzt in diesem Video gehen. Wir werden also ein bisschen experimentieren und schauen, was wir daraus zaubern können. Zunächst mal habe ich ein paar Tests gemacht wegen den Wassermechaniken. Items schwimmen ja auch ohne Blasen nach oben beispielsweise. Mit Blasen kann man bestimmt noch bessere Itemaufzüge machen. Aber ich habe mich mal so ein bisschen um die Basics gekümmert und habe hier mal zwei verschiedene Sachen gebaut. Und da habe ich jetzt gerne gerade mal ein Rätsel für euch auf. Passt mal genau auf und schaut mal genau hin. Ich habe hier zwei selbe Aufbauten. Also auf der rechten Seite einmal ein Dispenser, auf der linken Seite einmal ein Dispenser. Dann da ist jeweils ein Schalter dran. Da sind jeweils Items drin sozusagen. Ich habe jetzt einfach Glas normal genommen. Und dann haben wir hier so einen Wassertunnel nach oben. Der Aufbau von den Blöcken ist komplett gleich. Also ich habe da auch nichts gedreht. Nur jetzt habe ich folgende Preisfrage. Und zwar, wenn ich hier ein Item raus dispense. Mit Rechtsklicken sind beide sind Dropper. So, beide sind Dropper. Wenn ich hier den Schalter einschalte, fliegt ihr ein Item raus. Aber das Item, das bleibt hier unten drin liegen. Seht ihr das? Das schwimmt nicht nach oben. Die Frage ist, warum es das nicht tut? Denn hier drüben in dem zweiten Aufbau, der übrigens genau gleich ist wie in dem rechten, Schwimmt es nach oben? Ich habe es gar nicht eingesammelt. Da, es schwimmt nach oben. Langsam weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Und hier oben kommt es raus. Flipp und landet hier drauf. Jetzt die Preisfrage. Warum hat das auf dieser Seite nicht funktioniert? Und auf dieser Seite hat es funktioniert? Das ist ein wesentliches Key-Feature, was wir halt wissen müssen, um zu verstehen, wieso, weshalb, warum das da hier so nicht so klappt. Ja, und dann die nächste Frage. Ich werde noch ein paar weitere Aufbauten machen. Wie sieht denn das aus, wenn ich Soulcent verwende drunter und vielleicht Blasen benutze? Geht das dann schneller oder nicht? Und das schauen wir jetzt einfach mal. Deswegen, ja, ich war so ein bisschen überlegen, was kann man denn alles machen? Und warum ist genau hier jetzt die Schildkröte? Los weg, bitte. Ich habe hier den Berg mal ein bisschen abrasiert, damit ich Platz habe. Und die hängen hier alle übelst am Strand rum. Jetzt, wo ich die Bäume abgebaut habe, sind die vorher schon rumgegeiert? Ja, die Lurken immer mehr und Sworn. Die sind alle an Land. Da hinten sind sie alle an Land. Oh, was ist denn hier los? Das ist ein interessantes Verhalten. Die gruppieren sich... Die gruppieren sich alle hier. Okay, also wie die sich richtig verhalten, ist noch eine... Gute Frage. Keine Ahnung, ob da jetzt noch welche gespawnt sind oder so. Ich habe mir dabei auch den C-Snapshot drauf. 18W07C. Egal. Ich teste es mal eben mit Soulcent drunter. Ob das einen Unterschied macht, werden wir gleich feststellen. Und da würde ich auch einfach mal hier kurz hingehen. Da, Soulcent drunter. Jetzt baue ich das gleiche nochmal auf. So, habe ich eben mal gemacht. Experiment Nr. 3. Diesmal hängt Soulcent drunter. Und dieses Mal gibt der Soulcent noch keinen... Achso, ich habe gar nicht aufgelöst, was hier war, ne? Der Unterschied hier drin bestand, dass ich fließendes Wasser von oben runter gelassen habe. Und hier habe ich einfach Wasserblöcke, Wasserblock, 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 Wasserblock beieinander gestellt. Und das hätte nur funktioniert, weil das eben solide Wasserblöcke waren und kein fließender Wasserstrom nach unten. Deswegen ist es nicht nach oben geflossen. Hier habe ich jetzt allerdings noch ein nächstes Problem. Und zwar, wenn ich Soulcent drunter packe, dann müsste man ja eigentlich meinen, okay, jetzt steigen Blasen auf und das Zeug wird schneller hochgeschleudert. Das ist nicht der Fall, die Blasen sind nicht vorhanden. Aber wenn ich jetzt hier mal Folgendes mache. Beispielsweise das hier abbaue, das Glas, Soulcent wegplatzieren, neu setze. Dann entstehen auf einmal Blasen. Hier unten auf der einen Seite, da ist auch irgendwie so halb Luft gerade entstanden. Also es ist vielleicht eine Anzeigebank, die nicht richtig angezeigt. Und jetzt kommen Blasen hier raus. So weit, so gut. Gibt allerdings nur ein Problem. Sobald ich hier vorne wieder zumache, damit es schön aussehen wird, geht es nicht mehr. Dann hören die Blasen hier an dieser Stelle auf und man kann nicht weiter nach oben transportieren. Wir brauchen also ein System, wo das Wasser nicht berührt wird rundum von Blöcken. Vielleicht hilft ja sowas wie ein Gitter. Dann muss ich mal testen. Also ich habe ein bisschen rumgetestet und es scheint nicht zu funktionieren. Unten beim Soulcent hier muss frei sein. Es muss Luft oder anderes Wasser daneben sein, damit dieser Soulcent Block generell funktioniert. Und deswegen würde ich hier gerade noch mal was anderes testen. Und zwar, was ist denn, wenn ich einfach generell hier zumache, in Anführungszeichen. Das hat ja auch gereicht, wenn eins nur offen ist allein. Was ist denn, wenn ich, Moment, einfach mal das hier so mache. Hier weg mache und hier einfach noch einen zweiten Water Source Block hin mache. Sowas in der Art. Aha. Jetzt haben wir doch schon mal etwas Interessanteres. Also hier daneben muss noch ein weiterer Wasserblock sein. Und jetzt würden die Blasen bis ganz nach oben schwurbeln. Und da würde ich gerade noch mal ein bisschen testen. Zunächst mal Schalter dran. Und dann meinetwegen auch ein paar Items rein. Aha, ja. Okay. Ich sehe schon. So kann ich jedenfalls nicht dispensen. Die würden einfach nach vorne rausgeschossen werden. Das ist schlecht. Ja, ich würde halt irgendwie versuchen, das zu nutzen hier. Oh, das hat gerade aber echt hart geblurrt. Ja. Diese Geschwindigkeit hat es nur an der unteren Seite hier. An der unteren Stelle. Ja, das flubbert hier halt jetzt zu weit raus. Ich werde es mal an einem anderen Setup mal probieren. Okay, dann. Äh, ja. Ich glaube, ich habe es zum Laufen gekriegt. Ich habe jetzt mal folgendes gemacht. Ich habe es ein bisschen umgebaut. Und den Dropper nach unten in den Boden platziert. Unterhalb des Soul Sandes. Und wollte ihn halt von unten nach oben dispensen. Das Problem, das geht ja nicht. Es muss ja der Soul Sand hin. Also kann ich ja nicht einfach den Dropper direkt einsetzen. Um zu testen, wie fern da geboostet wird. Aber so wie es aussieht, wird nur der erste Teil geboostet. Also da, wo auch tatsächlich Wasserblöcke daneben sind, wie hier vorne. Nur wenn daneben eine Wasserquelle noch ist, wird das tatsächlich geboostet. Und hier oben, das zählt wieder nur als einzeln. Auch wenn hier die Blasen höher steigen von dem Soul Sand, werden die Items nicht von dem Geschwindigkeitsschub noch mitgezogen. Und da bin ich jetzt gerade auch nochmal am testen. Was ist denn, wenn wir folgendes machen? Was ist denn, wenn wir noch eine zweite Wasserreihe einfach jetzt daneben machen? Überall hin. Also hier nochmal. Überall Sourceblöcke hin. Und dann ist die Frage, ob sich der Schub bis ganz zur Spitze nach oben weiter hält oder nicht. Das wäre nochmal interessant, würde ich sagen. Also, dann noch einmal über hier da ein, da ein, da ein, da ein, einfach nur um zu testen, ob es erstmal richtig nach oben geschleudert wird. Da muss ich aber trotzdem noch nach hier unten hingehen und den Soul Sand neu... Ah, nee, okay, er hat es gecheckt. Ah, okay, okay, okay. Er hat es gecheckt. Und aha. Ja, noch eine andere Sache, die entsteht hier, ist wahrscheinlich Luft. Hier steht dann so eine Luft oder sowas. Okay, das Wasser verschwindet. Ich habe auch noch was getestet, das habe ich vergessen zu erwähnen bei 5 Dingen in Minecraft. Und zwar, wenn man in diese Blasen hier reingeht, von den Teilen, lädt sich die Atmungsleiste wieder auf. Also hier scheint irgendwie Luft drin zu sein. Von außen vom Glas her kann man das anscheinend ganz gut sehen. Und wenn ich jetzt nochmal einen Dispensen gehe... Ja, definitiv schneller. Das ist ein doppelter Wasserzug hier und das Item danzt auch obendrauf rum. Also so funktioniert es am schnellsten, sage ich jetzt mal. Aber vielleicht nicht unbedingt am praktischsten. Jetzt müssten wir halt noch gucken. Wir müssten an der Seite den Sourceplug wegmachen, dass das auch zur Seite fließt. Und dann könnten wir da beispielsweise einen Hopper reindreschen und eine Art Kreislauf machen. Also hier einen Hopper drunter. Und ich teste das jetzt einfach mal. Vielleicht kann ich sogar... Oh, ich habe eine Idee. Oh, oh, was habe ich getan? Ich habe einen Kreislauf gebaut. Ich habe hier einfach mit Hoppern wieder runtergesetzt an der Seite. Das blockiert das Wasser. Und ich habe jetzt 57, 64 Glas drin. Wenn ich die einfach raus dispense, dann gehen die nach oben. Entsprechende Geschwindigkeit hoffe ich. Hat das geklappt und gleich wieder runter. Das war so schnell, das habe ich gerne gesehen. Okay, dann machen wir das nächste. Wir bauen hier mal eine Glock dran. Und dann schauen wir mal, wie schnell das uns sieht. Jetzt gerade hängt es aber. Ich vermisse noch ein bisschen Glas. Wo steckt das? Irgendwo anderweitig rausgeplockt. Das kann halt auch sein. Na, ich teste mal ein bisschen noch. Und da haben wir es auch schon zum Laufen gebracht. Schaut euch das mal an. Jetzt kommen hier übelst die Runds und Blöcke raus. Wir schwimmen nach oben. Fließen zur Seite. Werden wir einsortiert und runtergeschickt. Das einfach in einem kleinen Kreislauf. Ich habe hier noch ein bisschen weiter getestet und umgebastelt. Ich musste die Hopperei noch mal eins nach links verschieben. Wenn du die direkt hier dran machst. Dann werden teilweise Items, die hochdispenswerten, so ein bisschen die Hoppereien wieder runter. Dann backen die oben rum und kommen nicht weiter. Und das habe ich dann dadurch im Gang, indem ich einfach die Hoppereien ein, zwei nach links gesetzt habe. Außerdem kann es mal sein, dass hier auf der rechten Seite Items hochschwimmen. Deswegen habe ich hier auch mal die Wasserquelle entfernt. Nur hier hin gemacht. Dann wird das Zip einmal rüber geschwimmt. Und ja, so habe ich einen kleinen Kreislauf. Und auch eine kleine Hopperglock einfach unten drin. Dann hat es Hopper gesetzt. Comparator dann. Wird das Pencil befeuert. Und so kann man einen geschlossenen Kreislauf mit Items machen, die meinetwegen die Bays schöner machen, dekorieren oder so. Wenn man diese Blubberblasen möchte. Es gibt natürlich auch noch einfache Methoden, wenn man das ohne Sauerstellen macht. Also ohne diesen Blasen fängt man. Sammelt übrigens alles ein, wenn man so seitlich hinkommt. Und zwar, das geht ebenfalls. Und sogar noch etwas einfacher. Also da kann man sich vieles einfach sparen. Mit Blasen, mit Sauerstellen geht es leider nur so. Die einfachste Methode will ich jetzt auch nochmal eben schnell zeigen. Also die einfachste Methode wäre prinzipiell sowas hier. Nur da haben wir noch das Problem, dass die zwar richtig dispensed werden, aber immer noch so eine Seitenbewegung haben. Der Dispenser schmeißt hier nämlich random raus. Nicht alle Items schaffen es nach oben. Da müsste man hingehen und beispielsweise... Ja, also wir kommen, denke ich mal, nicht um ein paar Ebenen mit Glas drumherum. Da würde ich gerne nochmal so eine Runde jetzt ziehen. Und dann sollte jedes Teil in die richtige Richtung dispensed werden. Ich schätze mal so drei Blöcke hochwärts. Und dann müsste es safe funktionieren. Testen wir gerade nochmal. Also ein Redstone eingesammelt. Boah, ein einziges hat es noch... Ne, ich habe es schon eingesammelt. So, nächstes Beispiel. Zack. Und jetzt müssen alle auch oben ankommen, denke ich. Ja, und dann haben wir so eine Art kleine Lavalampe gebaut oder so. Ja, wunderbar. Das müsste man jetzt im Boden verstecken sozusagen. Und hier kann man jetzt beliebig weit nach oben basteln. Und dann kann man das auch hier machen, dass es nach oben schwebt und so ein Zeug. Hey, sieht eigentlich ganz cool aus, hätte ich gesagt. Ja. Coole neue Wassermechanik. Hier habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich habe hier nicht überall Glas außenrum setzen müssen, da es doch fließendes Wasser ist. Man muss nämlich nur beim Start sozusagen, wo man hier halt im Synthespenst ein Wasserquellen... Wasserquellenblock haben und am Ende hier oben einen Wasserquellenblock. Und dann fließt es... Also, du brauchst ja damit, dass du fließendes Wasser kriegst. Und dann fließt alles nach oben. Also, ja. Das wäre die andere Möglichkeit. Das wäre halt die simplere Aufhöhung-Möglichkeit, sage ich jetzt mal. Hier brauchst du halt einen Doppelten immer, wenn du mit Dings arbeitest. Aber da haben wir schon mal ein bisschen mehr verstanden, wie die Mechanik funktioniert. Mit dem hohen runterziehen. Das heißt, auch wenn ihr euch einen Aufzug baut in eure Unterwasser-Base oder so, ihr braucht halt bei solchen Teilen, die euch hochschleudern, braucht ihr noch einen zweiten Wasserblock daneben. Der assistiert und so weiter und so fort. Und ich glaube, ich weiß nicht, wenn ich zwei von denen setze, geht das auch noch? Müssen wir mal gucken. Aber, ja. Ich hoffe mal, das war so ein bisschen eine Hilfe fürs Verständnis. Oh, da hat sich übelst reingezogen. Flip. So ein bisschen fürs Verständnis, wie diese Teile funktionieren. Ansonsten, ja. Grundlegende Mechaniken haben wir. Ein bisschen Redstone war mit drin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, lass krachen. Und tschüss. Bis dann, lass krachen.